17 bis 21 Grad, da kann man sich auf jeden Fall freuen. Ein Bär ist los in Oberbayern, sorgt der für große Aufregung. Ich grüße Sie zur Brisat. Sollten Sie mal auf so ein Exemplar treffen, dann verhalten Sie sich immer ruhig, sonst fühlt sich der Bär herausgefordert und greift womöglich an für die meisten von uns. Ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, so einem Tier zu begegnen, aber im bayerischen Landkreis Rosenheim ist das schon anders. Denn dort sorgt ein Bär gerade für große Aufregung. Und wenn man tatsächlich mal auf einen Bären trifft, im Urlaub beim Wandern z.B., was macht man dann? Wie man sich bei einer Begegnung mit einem Bär verhalten sollte, erklären wir Ihnen auf brisant.de. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber gefühlt wird ja ständig gestreikt. Jeder, der aufs Auto verzichtet, hat in diesem Jahr schon vor der einen oder anderen Herausforderung gestanden, ob man zur Arbeit oder in den Urlaub wollte. Sicher, Streiken ist auf jeden Fall wichtig und richtig. Aber so oft, bevor morgen bei der Bahn gestreikt wird, hat der Arbeitskampf an einigen Flughäfen schon begonnen. Und sie lässt sich nicht alles gefallen. Auch wenn es wie der Kampf David gegen Goliath anmutet, Modedesignerin Viktoria Theoharowa nimmt sich den Internet-Riesen Amazon vor und verklagt ihn. Die Bremerin druckt selbst erdachte Sprüche wie Liebe, Digga, Liebe auf ihre Pullover rauf. Doch auf einmal tauchen bei Amazon Pullover mit genau diesen Sprüchen auf. Ihre Idee, die sie sich geschützt hat, wurde einfach geklaut, sagt sie. Und dagegen wehrt sie sich jetzt. Ein Bären in Oberbayern, der für Unbehagen sorgt, den hatten wir ja heute schon. In Weißenfels, in Sachsen-Anhalt, wird via Facebook vor Stinktieren gewarnt. Wer ihnen begegnet, sollte sie auf keinen Fall anfassen, denn sonst könnte es ungemütlich werden. Gleich drei an der Zahl sind nämlich verduftet und die haben sich offenbar sehr gut versteckt. Lustige Namen. In Hamburg musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken und es wurde ein stundenlanger Einsatz. Und das nicht zuletzt wegen des Wetters. Unsere Kurzmeldung. Heute ist der Tag der Anerkennung von Freiwilligen. Ein guter Anlass, mal Danke zu sagen und sich zu verneigen. Vor dem Engagement der vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Finn Guba ist einer von ihnen. Er macht etwas, das viele von uns mental gar nicht verkraften würden. Finn Guba fotografiert Kinder, die kurz vor oder nach der Geburt gestorben sind. Und er tut das, weil Erinnerungsfotos Eltern helfen können, ihre tiefe Trauer besser zu verarbeiten. Damit danke für diesen Einblick. Da muss man erst mal wieder tief durchatmen. Und jetzt zur Prominenz in Bresante. Spaniens umstrittener Ex-König Juan Carlos ist zurück in seiner Heimat. Im spanischen Fernsehen war zu sehen, wie der 85-Jährige mit einem G-Stock gestützt ein Privatjacket verlassen hat und in eine Limousine gestiegen ist. Und nach mehreren Skandalen lebt ja Juan Carlos im Exil in Abu Dhabi. Und wir wollten mal wissen, wie reagiert eigentlich das spanische Volk auf ihn, auf seinen Besuch des Ex-Monarchen. Dann haben wir uns noch an die Fersen von Richie Müller gehängt. Den kennen Sie aus dem Tatort Sonntagabend im Ersten. Aber dieses Mal geht es nicht um einen Kriminalfall. Der Schauspieler ist in einer anderen Mission unterwegs. Und das wird alle Eltern freuen, deren Kinder lieber daddeln als ein Buch in die Hand zu nehmen. Und diese Schrift, die Sie hier im Hintergrund lesen können, der Amigos, die sind auf jeden Fall ein Klassiker. Sie sind nämlich der Beweis dafür. Verfolgt man was aus Leidenschaft und hängt sich so richtig rein, dann wird es wohl auch belohnt. Anfang der 70er Jahre sind die Amigos noch von Dorf zu Dorf gezogen. Sie sind freitags von der Arbeit gekommen, haben den Anhänger mit Instrumenten und Technik vollgeladen. Und dann ging es am Wochenende zu Musik machen. Und jetzt sind die Brüder Kult und kaum wegzudenken aus der volkstümlichen Musik. Und sie schaffen es immer wieder auf Platz 1, der Album Charts. Bald kommt ihre neue Platte raus und da hoffen Bernd und Karl-Heilz Ulrich, dass es erneut auch Gold und Platin regnen wird. Vor Ruhestand alle vier Tage auftreten. Wow. Nicolas Cage hat gerade in einem Interview verraten, dass er in den 80ern in einem Film eine lebende Kakerlake gegessen hat. Ganz freiwillig. Und heute entschuldigt er sich dafür, auch wenn es zu seiner aktuellen Rolle im Kino sehr gut passen würde. Nicolas Cage kommt in unsere Lichtspielhäuser und spielt Dracula. Und dafür musste er sich nicht nur seine Zähne schleifen lassen, gar nicht leicht, der Job als Schauspieler. Und für uns geht es jetzt auch zum Ende des Mais nach Cannes. Da fangen die Filmfestspiele an und sie kommt auch vorbei. Schauspielerin Katrin Deneuve, sie ist so eine Art Gesicht des diesjährigen Filmfestivals. Jetzt kommen wir zu einer Dame, die man nicht mehr vergisst, wenn man sie einmal gesehen hat. Amanda da Gloria. Ihr Gesicht, ihre vielschichtigen Rollen und das Spielen mit den Augen ohne Worte. Damit ist die Schauspielerin zum Publikumsliebling geworden. Und heute Abend sehen wir sie in einer neuen Folge der Krimi-Reihe. Kommissar Dupin. Die Filme spielen ja in der rauen Natur der Bretagne, die auch Amanda da Gloria verzaubert hat. Und getroffen haben wir sie. Aber ja, in ihrer Heimatstadt, in der nicht viel an die Bretagne erinnert, außer vielleicht der Regen. Wir haben also was Magisches und erfüllen Wünsche. 20.15 Uhr geht es also heute Abend los. Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Einschalten. Und halten Sie sich auf jeden Fall fern von Bären und kommen Sie nicht in die Versuchung, irgendwelche Stinktiere zu streicheln. Morgen sind wir wieder da, pünktlich, 17.15 Uhr. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020